Wie haben Sie den Sommer so verbracht? Mit sehr viel Sonne, in der Tat, sehr viel Wärme. Viel unterwegs gewesen, viel am Meer. Und wir haben, sag ich mal, die Hitzewelle oder die angenehme Sommerwärme haben wir am Meer verbracht, sehr viel. Pläne für den Herbst, der jetzt vor der Tür steht, arbeitsmäßig oder auch privat? Jetzt erst mal in Berlin viele Veranstaltungen und im Herbst Dreharbeiten. Okay, das verspricht viel. Movie Meads Media, das Motto heute. Welche Voraussetzungen braucht man, um in der Filmbranche überhaupt Fuß zu fassen, erfolgreich zu sein? Hm, also, die kurze oder lange Fassung? Die kürzeste und beste. Die kürzeste und beste ist einfach immer dranbleiben, an sich selbst glauben, nach vorwärts schauen und positive Energien. Einfach positive Energien und natürlich seine Arbeit, seinen Job, seine Craft, sein Craft lernen. Okay, Abschlussfrage, Pläne, Wünsche, Träume für die Zukunft? Ein gesundes, glückliches Leben in Frieden, in Freude, mit Liebe, mit meiner wunderbaren Familie und mit wunderbaren, großartigen Projekten. Das ist doch ganz einfach. Ja, eben. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020